Das ist ja großartig, da gratuliere ich aber. Und Ihnen auch. Ein Metallbaukasten von Märklin ist der beste Entwicklungshelfer. Entwicklungshelfer? Sozusagen. Er vermittelt schon früh technisches Verständnis, fördert das Schöpferische und gewöhnt an exakte Arbeit. Das zählt mal im Leben. Außerdem wachsen diese Kästen mit. Durch sechs Ergänzungskästen sind sie beliebig zu erweitern. Wirklich eine pfundige Idee der Baukasten von Märklin.